Hallo liebe Zwillinge, herzlich willkommen bei Inbalz Terror. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, was im Winter 2023, 2024 auf dich zukommen wird. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszende in Zeichen, okay? Okay, schauen wir mal. Für Zwillinge bitte. Was kommt im Dezember, Januar, Februar, im kommenden Dezember, Januar, Februar auf Zwillinge zu? Bitte. Fünfter Keiche. Gut. 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 Das Gute an solchen Anfangskarten ist, dass es danach nur noch besser werden kann. Ja, ich bin die nervige Optimistik. Fünfter Keiche. Es gibt hier ein Thema in deinem Leben, Zwillinge, wo du die volle Seite des Glases gar nicht mehr siehst, wo du alles verloren glaubst oder so, wie vorher kann es nie wieder werden oder das ist so das, das Vertrauen kann nie wieder hergestellt werden und ich werde hier niemals verzeihen, okay? Es wird nie wieder so wie vorher. Siehst du hier, ein Ast der Erschwerter hier und hier auch ein Ast der Erschwerter, okay? Da kommt hier die Bitte um eine zweite Chance im kommenden Winter auf dich zu. Jemand will eine zweite Chance mit dir, will etwas wieder gut machen. Hier, Mäßigkeitskarte. Möchte ich hier Gefühle mit dir austauschen, möchte ich hier Gespräche von Herz zu Herz mit dir führen, okay? Ich habe hier, siehst du hier diese Zwei-der-Kirche? Du kennst die Zwei-der-Kirche-Karte. Für die, die dies nicht kennen, eine Frau und ein Mann, die schauen sich so an und stoßen an. Okay, das ist die Ich-liebe-dich-Karte. Ich-liebe-dich-ich-ich-liebe-dich-auch-Karte, wo zwei Menschen nur einander sehen, sozusagen. Das war mal bei euch der Fall. Und dann ist irgendetwas oder irgendjemand dazwischengekommen und dann entstand Drei-der-Kirche. Drei-der-Kirche ist die Karte, wo drei Leute Party feiern. Ich muss nicht mal rausholen, ist so erklärt. Weil hier etwas anderes oder eine andere Person dazwischengekommen ist, ist etwas unwiderruflich zerstört, sagst du. Und diese Karte da, sagst du, wo zwei Menschen nur drauf sind und nur einander ansehen. Das kann nie wieder passieren, sagst du. Das kann nie wieder hergestellt werden. Mit wem auch immer du es hier zu tun hast, dieser Mensch sagt doch, es kann. Ja, wenn wir hier uns austauschen, darüber reden, was genau uns wie, wo, warum verletzt hat. Ja, und wie wir hier wieder die Verbindung zueinander finden können. Siehst du hier die Flüssigkeit, die hier zwischen zwei Kälchen ausgetauscht wird. Wenn wir das schaffen, wenn wir darüber reden können, wenn wir uns verletzlich zeigen können, wenn wir offen sagen können, was genau unser Standpunkt ist, dann können wir uns wieder verbinden. So auf Augenhöhe, auf Herzenshöhe, ja, nur zwischen zwei Menschen können wir wieder machen, das können wir wieder schaffen. Okay. Weißt du, diese zwei Karten zeigen hier auch etwas anderes, das dich sehr gefährlich macht. Ja, Zwillinge. Mach dich zum Staatsfeind Nummer eins auf dem Markt. Ja, ja. Und zwar so dieses, oder ich habe das verloren und jetzt finde ich den Frieden in mir selbst. Ja. Andere erleben das hier, drei der Kirche, es wird etwas umgeworfen, dann gehen sie los und suchen woanders nochmals das Gleiche. Und dann geht das auch schief und dann zum Nächsten. Geht schief, zum Nächsten. So. Und du bist hier mittlerweile an einem Punkt, wo du sagst, okay, das ging schief, was kann ich mir selbst geben? Das macht dich gefährlich. Gefährlich, also. Menschen mögen, nicht Menschen, die sich selbst mögen, Zwillinge. Okay. Zwillinge, ich liebe dich. Ja, ich schwöre es dir, ich liebe dich. Ja. Trägt dabei auch noch eine Rüstung. Hat Angst davor, dass du hier in die Defensive gehen könntest, dass du hier verletzende Dinge sagen könntest. Okay. Absolut schuldbewusst hier. Zwillinge, ich liebe dich. Es hat sich vorhin die Gerechtigkeitskarte gezeigt, ja, wo die Waagschalen gerade gestellt sind. Den gesamten Winter hindurch, Zwillinge, erlebst du hier eine Wiedergutmachung. Also immer wieder, immer wieder wird hier Keich, Keich, Keich an die Gefühle appelliert. Ja, immer wieder versucht hier im Verlauf des Winters, jemand, dir die Gefühle zu entlocken. Ja. Versucht dich dazu zu bringen, hier auszusprechen, was du fühlst. Okay, vier der Stäbe hier. Okay, du bist dabei. Du bist dabei. Du bist voll dabei, vier der Stäbe hier. Darauf komme ich gleich zurück. Ich habe hier auch die Zehn der Stäbe Karte. Du bist hier voll dabei. Warum? Weil du jetzt endlich diese Phase, die ihr bisher hattet und die dir nicht so gefallen hat. So wie es aussieht, gab es hier bisher gewisse Verhaltensweisen, Angewohnheiten, die dir nicht gefallen haben und die du gerne anders gehabt hättest. So wie es aussieht, gefällt dir das Ziel, das ihr bisher definiert hattet, nicht mehr. Okay. Da gibt es irgendein Ziel, das ihr gemeinsam definiert hattet. Ja. Oder das Maximum, was ihr haben könnt. Beziehung, Ehe oder getrennte Wohnungen. Was auch immer das Ziel war, eigentlich willst du das nicht mehr. Du willst jetzt was anderes mit diesem Menschen. Und du sagst, dass das hier, ja, ist ein bisschen opportunistisch hier, dass das hier die perfekte Gelegenheit ist, um hier das Alte hier abzuwerfen, ja, weil das, was ihr bisher hattet, muss jetzt zusammenbrechen, damit hier was Neues entstehen kann. Und um hier dann diesen Menschen deine Ziele, deine Wünsche aufzuzwingen, sozusagen, ja. Oder es bricht ja eh alles zusammen. Dann bauen wir das jetzt alles genauso auf, wie ich es eigentlich haben möchte. Okay. Es läuft Black Friday auf meiner Webpage, gell. Momentan gibt es 50% Rabatt auf alle Fortsetzungen. Profitiere davon, solange es das gibt. Mit Code BLACKTERROR2023. Auf meiner Webpage siehst du den Code ebenfalls. Ist alles zusammen großgeschrieben. Okay. Ich werde hier mit diesen Karten schauen, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber hier versteckst, was das Gegenüber vor dir versteckt. Und ich werde auch schauen, was Monat für Monat auf dich zukommt. Dezember, Januar, Februar. Okay. Diese Karten hier werde ich für jene, die hier keinen Kontakt haben, fragen, wann hier der nächste Kontakt stattfinden wird. Den Link zur Fortsetzung, Zwillinge, findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye. Bye.